Ja, Freunde, wie geht's euch? Ist alles gut? Ja, das ist super, das ist super. Freunde, ihr wisst ja, bei jeder Show hat es die eine oder andere technische Marke und Möglichkeit schon. Bei uns ist das gerade der Fall. Ähm, unser App-Show muss neu gestartet werden, ja. Das kommt alle 10 Jahre mal vor und jetzt ist es halt soweit, ja. Aber es ist kein Problem. Ja, wir haben eine kleine Geschichte für euch, ja. Heute Morgen hat die Chrissy... Ja, das ist es, das ist es, ja. Wir brauchen Aufmerksamkeit, weiß ich. Ich sitze da hinten immer und das ist immer so eine Sache. Du hast keine Geheimnisse verraten. Ja, das ist es, ja. Also wir haben das, wir machen das immer so, weißt du, ja. Heute Morgen auf jeden Fall die Chrissy, ähm, hat komische Geräusche aus ihrem Hamsterkäfig gehört. Und dann hat sie gemerkt, dass sie heute Morgen stolze Hamstermama geworden ist, meine Damen und Herren. Ja, Applaus für die Chrissy. Und wir haben jetzt Hamster zu vergeben. Das heißt, falls ihr immer mal so auf die Idee gekommen seid, euch ein Haustier anzuschaffen, wie wär's mit einem Hamster, hä? Ja? Ein Secrets of Sin Hamster. Ein original Secrets of Sin Hamster. Ja, ja, genau. Wir sind so, wir haben die Hamster nämlich noch. Und dann kann das gut. Resigniert, ja. Und es riefen uns allen. Also wenn jemand irgendwas haben will, oder den Hamster-Baby, meldet das sich bitte bei der Chrissy. Ihr kriegt ein T-Shirt gratis. Das ist doch gut, oder? Boom! Yeah! Ja? T-Shirt, ja? Und so ist das. Ähm, ist im Prinzip, das ist eigentlich eine Backe, weil wir wollen ein bisschen eine Showzeit in die Dinge treiben, wüsste. Ja, aber nur vielleicht Songs und das ist so eine Sache, weil unser Selbstbewusstsein ist tatsächlich... Was? Das sind immer die Drummer. Das ist ja immer so eine Sache mit den Drummern, wüsste. Das ist... Wie schon gesagt, ich brauche Outworks und kreide. Ich... Da hinten... Da sieht und hört mich niemand. Also wir hören Tüte mich, aber sehen Tüte mich nicht. Ja, das ist die Drummer, das ist die Drummer. Wer ist die Drummer eigentlich? Wer ist die Drummer im Laden, ja? Wer ist die Drummer? Eins, eins, zwei, drei, vier, fünf... Das ist wunderbar. Sechs? Ihr kriegt nachher die CD gratis. So ist auch klar, oder? Ja? Voll gut. Voll gut, ja? Ist ja super.